Jetzt sind wir wieder hier und könnte ich eigentlich vorher machen, ja genau wie es wir zu spät kommt. So Sam, Sam ist auf dem Weg jetzt, als allererstes reden wir noch einmal, wir haben ja nur den Generalschlüssel haben wir jetzt nicht genommen, warum? Weil wir halt die Bombe genommen haben, sie kann nicht sprechen, genau. Brauchen wir so einen Dingsbum, so eine Seele und 320 haben wir noch, jetzt muss ich aufpassen, da bin ich also am Anfang, ach guck, was ich schon runtergefallen bin, das ist, ich konnte. Okay, guck mal. So, jetzt mal gucken, ist der Fahrschul in der Nähe, in etwa, geht nämlich noch ohne, na gut, so, dann schon schön. Es sieht gefährlich aus jetzt, aber du bist ja auch selber, da ist der Hebel, also noch da. Es ist schon noch Neuerungen in dem Spiel, ich weiß es gar nicht, da liegt was, das holen wir bei uns jetzt. Wir haben ein loser Soldat, am Insel habe ich ja auch nicht mit dem Kopf, da sehe ich nichts. was wäre, wenn alle Gegner hier Bossgegner wären, kann man denn nur noch reden? da war, da war alles da, Kalamit, mein Gott der Leid, das war heftig. Das ist unbezüglich. Das ist unbezüglich. Du hast nicht verloren, das ist ein Problem. Und mehr importantly, das ist ein Problem. Wie auf der? Ich sollte dich nicht prüren. Ich bin Ricker, bin ich. Ich war einmal ein established smith. Look at me jetzt. Kannst du glauben? Was ist es? Ich habe... Oh, nein. Wird ja auch für schwerfallen. Aber... Alle Angst. Eine Hülle zu werden. Wie geht das? Ich kann deine Wehren, aber wir sind hier mit eher minimalen Tools. Ich zeige euch, was mir das beste in Vindheim ist. Ah, doch mal so. Hast du die Keule schon beschädigt? Aber gut. Mit dem Bohnen haben wir barriere ich jetzt, ne? Wir haben nix arg oder nix kaputtgehe. Ausrüstung, umwandeln. Ist klar. Könnten wir jetzt also schon... Das ist so ein Zauberer, ne? Mal was kaufen, mal was hätten. Wir könnten noch mit dem Räder stimmeln. Ja, verliert den Kopf nicht. Wir sammeln noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie es liegt da noch einiges rum. Heute ist es aber auch finster hier. Habe ich das so dunkel eingestellt? Warte, jetzt nix mehr irgendwo gelingen. Ich glaube, da war da noch was. Irgendwo. Gehen wir weg. Ach, der Panzerbrecher. Und da, da ist auch noch was. Gehen wir das nicht. Ja, ich kapiere das nicht. Jetzt geh weg. Ich will da in die Kiste. Oh, sorry. Wanderfluch haben wir jetzt. Das finde ich klasse. Das ist ein schönes Bild. Ein finsteres Bild. Mach ich nur eins. Normal wäre es noch finsterer. Wenn ich jetzt hier am Körnig das ausblende. Aber doch nicht. Tasteneinstellungen, Optionen, Steuerungen. Untertitel ein, HUD ein. Das ist glaube ich das da. Okay. Auja. Oh, krass. Ich finde das krass. Und jetzt. Kann man. Mal gucken, was man da war. Seele namenlos. Also da. Was gibt eine Idee. Ja, super. Da sehe ich jetzt nichts. Ja, freundet er muss. Ist mit euch halt. Das muss man da sagen. Stimmen. Autoziel. Kamera. Ja, gut. Was soll euch stehen. 1200. Das reicht. Gut, dann mache ich einen Cut. Und dann später. Jawohl. Da haben wir aufgehört. Genau. Und jetzt habe ich. Scheiße. Ähm. Voll. Voll. Jetzt proben wir lieber. Ähm. Gut. Ist ja egal. Wir gehen. Hoffentlich finde ich das noch. Da bin ich auch schon ohne Faller. Weil wir gar nicht zählen. Wie oft. Gut. Jetzt könnte man so einen Wanderflug machen. Äh. Nennen. Schwäche. Gegenstand. Stimmt. Ähm. Alles eine Frage der Taktik. Vielleicht reicht uns das. Jetzt sicher. Ich sehe gar nichts. Ich muss das doch. Fische hinlachen. Ja, bloß uns ja mit der Scheiße. War das so? So. Ein Gleihweg hier. Hopp. Ja, genau. Ja, das wäre die erste jetzt. Vorher wieder sehen. Gehen wir gleich zu der Rotonde. Da können wir gleich etwas machen. Was schönes. Ja. Ja. Das wäre die erste jetzt. So, Freunde. Mal gleich den Flakon verstärken. Das haben wir jetzt gemacht. Räder können wir immer noch. Schlüssel haben wir auch keine. Brauchen wir also auch nicht in Neuland ohne an die Tür schön rütteln. Das würde nichts bringen, weil man keinen Schlüssel hat, die Generalschlüssel. Irgendwie ist er, ich weiß auch nicht, ja. Irgendwer ist der Typ, wird das ein Euglofe oder ein Stier zu nach vorne, ne? Was ich jetzt gerne machen würde, ist, wir haben keine Seele, die liegen da unten. Nicht viel gewesen. Ähm, das ist immer falsch. Würde ich mir gerne noch den Zweihänder holen, weil ich den sehr gerne im Spiel nutzen würde. Arschloch. Das muss man aber, ich weiß nicht mehr genau, wo er liegt. Das muss man bisschen flink sein, weil die da unten sind nicht, sind nicht ohne. Ganz kurz, das Fennglas, das Fennglas gibt es hier auch. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also das muss irgendwo, wo so ein Großer rauskommt, könnte das liegen am Kreuz. Hopp, lauf. Aber nicht do. Ich glaube, ein, zwei, da unten. Flügel sperrt, okay, das war's nicht. Desto ist es am Großer, ja. Bei, bei, dabei, raus hier. Da ist er schon, lauf. Gazelle. Ich gucke noch oben, weil die wissen... Oh. Blöder Hund, blöder. Und die vergiften dich ja, ne. Das hätte ich halt so nachsterben können, Sam. Du musst ja nicht... Da kann man auch runterfallen. Meistens fallen die runter. Oder Sam. Überhaupt, wenn er da hängen bleibt. Kommt der schön? Der kommt schon. Aber nicht immer fallen sie runter. Das ist das Glück. Aber, oh. Tach. Klasse, das sind jetzt wie riesig, noch ein paar runterfallen. Mal rasten. Geht nicht. Aber der kommt nicht, der Reu. Das ist jetzt eine Hülle, oder? Ein Gerippe. Ein Knochen. Oh, power up. Eben. So, das seht ihr mal. Also, wir haben jetzt die Zweihänder und die Dreihänder. Äh, die Zweihänder. Ähm. Können wir aber auch nicht mehr mehr da. Der Mona haben wir. Gibt's immer die Dormone haben wir? Können wir gar nicht mehr. Zweihänder. Äh, wie war das jetzt wieder umschalten? Heu, 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 was brauchen wir da? CTD. CD, das ist ein Deodorant, glaube ich. Stärke, hm, 24. Das ist also gerade die Hälfte. Und Beweglichkeit hätte man schon. Gewicht zählen. Oh, ho. Keine Effekte. Weißer Kreis und schwarzer Kreis. Das habe ich wieder vergessen. War sowieso schwer zu merken, was das bedeutet. Gut, auch mal haben sie. Dann will ich sagen, noch einmal winke. Und... Und...